Wir haben das dritte Mal in Folge ein großes Glück mit dem Wetter und den Temperaturen. Der Deutsche Garten, fünfte Ausgabe, also eine historische Ausgabe, steht zur Eröffnung an. Sie werden hier, es wird sich gleich ein sehr vielseitiges Angebot erwarten, über alle deutschen Aktivitäten, ein sehr vielseitiges Bühnenprogramm, wo für jeden Schmack was dabei ist, auch für das leibliche Wohl, wird besorgt sein. Und in wenigen Sekunden werden Botschafter Reichel und von der ukrainischen Regierung, die sehr froh ist, doch ein Vertreter der ukrainischen Regierung haben, Herr Mikulamow-Chall, stellvertretender Minister der Europäischen Union und Integration, werden in wenigen Sekunden die deutschen Daten 2017 eröffnet. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir sind hier in der Ukraine. Wir sind hier auf der 5.000 Niemetzigen Saison. In der 3.000 Jahre, wie gesagt, Dieter, die wir mit uns gewonnen haben, Es ist eine große Fortuna, ich hoffe, dass sie so lange dauern. Heute haben wir sehr viele spannende Sachen, von unseren Partnern, über die wir ein bisschen erzählen haben, die wir ein paar Wiktorien haben, eine Programme für die Kinder, eine Programme von den deutschen Schulen, die wir in der Sprache haben, eine auch eine Musiker-Programme. Und jetzt, dass wir unser Staat gemeinsam mit dem Team haben wir zu Wort von Nürnberg in Ukraine, von Ernst Rijckhäller, und von Nikola Mika Mowchina, der Präsidenten des Mischs-Sportes und Europäische Integrations-Internationen. Bitte schön, wir sind alle.